Die Industrie hasst diesen Trick und wahrscheinlich wird auch die Industrie mich dafür hassen, dass ich genau darüber rede. Aber es ist an der Zeit, der Sommer naht und wenn du dieses Video guckst, dann wirst du in diesem Video lernen, wie du es schaffst, über deine Gedanken abzunehmen und genau den Körper zu erreichen, den du wirklich haben möchtest. Und ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, dass das eine sehr reißerische Aussage ist, aber ich habe es nicht nur irgendwie in den Büchern mal gelesen, sondern diejenigen, die mich länger verfolgen, wissen, ich habe 110 Kilo gewogen auf 178 Körpergröße, was relativ viel ist. Ich sah so aus vorher und ich habe das vorweg gelebt. Ich habe das eins zu eins so umgesetzt, wie ich dir hier in diesem Video sagen werde. Es hat funktioniert und es hat bei etlichen anderen Menschen funktioniert und deshalb möchte ich das hier in diesem Video mit dir teilen. Der erste Punkt, den ich ansprechen will, ist, die klassischen Diäten, die du kennst, funktionieren nicht wirklich. Das ist ein ganz elementarer Punkt, denn die Abnehmindustrie ist riesengroß. Und die Abnehmindustrie, und das ist das Perverse daran, ist wie jede andere Industrie profitorientiert und neigen natürlich dazu, Gewinn machen zu wollen. Gewinn macht man aber nicht damit, indem man den Menschen, wie ich es hier in diesem Video machen möchte, Kraft gibt und Eigenverantwortung, sondern Gewinn macht man in erster Linie dann, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe die Kohl-Diät, die Spinat-Diät, die Blumen-Kohl-Diät, ich habe jetzt die Bananen-Diät, ich habe jetzt die Traumkörper-in-4-Wochen-Diät, die 2-Wochen-Diät, die Frist-die-Hälfte-Diät, etc. Das heißt, man braucht immer alten Wein in neuen Schläuchen, man braucht immer eine scheinbare Veränderung und das scheinbar neue Wundermittel, damit du dein Ziel möglichst einfach erreichen kannst. Eventuell, wie es aber auch du festgestellt haben, vielleicht bei dir selbst, vielleicht kennst du welche, bei denen das so ist, die haben schon etliche Diäten versucht, aber es hat nie langfristig was gebracht. Warum funktionieren Diäten nicht? Das ist der erste Punkt, der elementar wichtig ist, um dieses Video hier wirklich auch zu verstehen. Wenn du eine Diät machst, passiert aus psychologischer Sicht folgendes. Es gibt irgendeinen Startpunkt, der mit irgendeinem Auslöser einhergeht, zum Beispiel du sagst, okay, heute ist Tag X und ich möchte unbedingt abnehmen. So, wie machst du das? Du siehst vielleicht in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Video die spezielle Diät und denkst dir, okay, das setze ich so um. Als Folge dessen verzichtest du vielleicht auf Schokolade, du verzichtest auf Alkohol, du verzichtest auf Pizza, auf Nudeln etc. Je nachdem, was gerade irgendwie Trend ist, du verzichtest drauf für einen Zeitraum X, sagen wir für zwei Monate, vielleicht für drei Monate, bis du eben dein Ziel erreicht hast, fünf Kilo verloren hast, zehn Kilo verloren hast, 15 Kilo verloren hast, oder wie viel auch immer. Bis dahin ist es erstmal wunderbar und die Diät scheint oftmals ihren Zweck zu erfüllen und genau das zu halten, was sie versprochen hat. Du verlierst Gewicht. Was passiert aber jetzt? Jetzt passiert folgendes. Die Diät ist vorbei und in dem Moment, wo die Diät vorbei ist, fällt aus psychologischer Sicht ein Schalter in deinem Kopf. Und dieser Schalter führt dazu, dass du sagst, Ziel erreicht, zehn Kilo Gewicht verloren, die Diät ist abgeschlossen, jetzt darf ich wieder. Jetzt muss ich nicht mehr verzichten. Und genau in dem Moment ist das die Ursache für das, was man denn im Außen oder auf einer oberflächlicheren Ebene Jojo-Effekt nennt. Genau dieser psychologische Gedanke als Folge des Verzichts der Wochen vorher und des Wiederdürfens, weil man sein Ziel angeblich erreicht hat, führt dazu, dass das Gewicht, was du verloren hast, wieder draufkommt und im Worst Case natürlich noch mehr. Wie macht man es jetzt richtig? Wenn Diäten nicht funktionieren, wie nimmt man dann richtig ab? Das geht folgendermaßen. Und zwar, es wird nie langfristig nachhaltig funktionieren, solange, wie du das Gefühl hast, du musst auf etwas verzichten, was du willst. Wenn du unbedingt Pizza essen willst, wenn du Süßigkeiten essen willst, wenn du jeden Abend dein Bier willst und die Chips willst und ähnliches willst, dann wird es nicht langfristig funktionieren, wenn du den Willen dazu beibehältst, dich aber selbst kasteist, indem du auf genau die Sachen verzichtest. Es geht nur über einen einzigen Weg und das ist ein komplett neues Bewusstsein für deine Ernährung. Sprich, ein komplett neuer Lebensstil und ein neues Bewusstsein für Ernährung im Allgemeinen. Warum tun wir das eigentlich? Warum essen wir eigentlich Sachen wie Süßigkeiten etc.? Erstmal, es gibt kollektive Glaubenssätze, die komplett verzerrt sind. Wir essen Süßigkeiten, hauen Zucker in uns rein, der quasi aus biologischer Sicht wirkte wie Koks. Wir erzeugen künstlich Dopaminspikes in unserem Gehirn, essen diesen Zucker, hauen den in uns rein, werden süchtig danach, um uns besser zu fühlen, nennen das Ganze der Nervennahrung und rechtfertigen es gegenüber unseren Kindern, bei unseren Kindern oder für uns selbst, indem wir sagen, man muss sich ja mal was gönnen. Als ob sich etwas zu gönnen ist, wenn du in die Sauna fährst, wenn du einen Tag abschaltest, wenn du dir Zeit für dich nimmst, dann gönnst du dir etwas. Aber warum fällt das in diesen Topf, in diese Definition davon, dir etwas zu gönnen, wenn du so etwas in dich reinschiebst? Das ist schon das erste, oftmals verzerrte Glaubensmuster, was uns oftmals von unseren Eltern schon mitgegeben wurde. So, das heißt, daran, da müssen wir ansetzen. Denn du tust dir ja nichts Gutes damit, wenn du sowas isst. das heißt jetzt nicht, und das ist wichtig zu sagen, dass du dich militant dagegen wehren darfst oder sollst. Das heißt nicht, dass ich derjenige bin, der sagt, esse nie wieder was Süßes, esse nie wieder Pizza und so weiter. Das heißt, wir müssen zuerst diese mentale Blockade und diese mentale Verknüpfung lösen, dahingehend, dass du dir was Gutes tust, wenn du was Schlechtes isst. Das ist elementar notwendig. Denn solange dieser kognitive Gedanke da ist, ich gönne mir was, ich brauche das, damit ich ruhiger werde, etc., haben wir eine kognitiv dissonante Situation. Wir haben auf der einen Seite den Wunsch abzunehmen, auf der einen Seite wollen wir nicht zu viel Stress haben und uns ja auch mal was Gutes tun und da wir das assoziieren damit, dass wir uns was Gutes tun, legitimieren wir uns selbst dazu, das zu essen. Das heißt, in dem Moment, wo du dir bewusst darüber wirst, dass das nicht gut ist und du dir damit auch nicht gut tust, wenn du sowas isst, dann wird es dir leichter fallen, wenn du dir dessen wirklich bewusst wirst, das nicht zu essen. Ohne! Das ist der entscheidende Punkt, dass du darauf verzichten musst. Denn wenn dir bewusst wird, was du da eigentlich im Kern tust, dann wird der Wille weniger, das auch zu konsumieren. Und das neue Bewusstsein für deine Ernährung wird dazu führen, dass du keinen Kampf führst zwischen ich will das eigentlich essen, aber ich verzichte, das ist Kampf, das ist gegeneinander, das ist nicht zielführend und das ist vor allem kräftezehrend und extrem anstrengend, sondern es wird dazu führen, dass du sagst, ich will das gar nicht mehr so doll, weil ich mich liebe, weil ich meinen Körper schätze und weil ich mir nicht unnötig schaden möchte. Wenn du das tust, wirst du feststellen, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass das Verlangen danach weniger wird, somit auch der Widerstand weniger wird und die Ernährungsumstellung wesentlich einfacher für dich wird. Selbstverständlich ist das noch eine Umstellung, wenn du etwas jahrelang gemacht hast und dann nicht mehr machst. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, und das ist vollkommen normal. Aber es wird wesentlich einfacher und nicht nur, dass es einfacher wird. In dem Moment, wo du dir dieser Sachen wirklich bewusst wirst, führt das auch dazu, dass du den Jojo-Effekt komplett aushebelst. Denn es wird nicht zu dem Tag X kommen, wo du sagst, endlich, Diät abgehakt, jetzt darf ich wieder, denn das Verlangen ist ja gar nicht mehr da, was du die ganze Zeit unterdrückt hast. Und wenn du etwas nicht unterdrückst, wird es dich auch nicht irgendwann wieder überkommen, wenn du dein scheinbares Ziel des Gewichtsverlust erreicht hast. Das heißt, das ist der erste Tipp, den ich in diesem Video für dich habe. Hör auf, dein Verlangen zu unterdrücken, geh eine Ebene tiefer und überdenke dein Verlangen selbst. Überdenke die Glaubenssätze, die mit deinem Verlangen im Kern zu tun haben, um an die Ursache vorzudringen und nicht symptomatisch dich in deinem eigentlichen Wunsch zu beschneiden, der aber weiterhin latent vorhanden ist. Was ist jetzt der Punkt Nummer zwei? Punkt Nummer zwei klingt noch etwas subtiler, ist aber nicht weniger drastisch. Punkt Nummer zwei ist Achtsamkeit. Und warum hilft dir Achtsamkeit dabei abzunehmen? Wir sind hier auf einem spirituellen Kanal und eventuell bist du auf dieses Video gestoßen, weil du dir gedacht hast, krass, abnehmen über Gedanken, das klingt einfach, da habe ich Bock drauf. Der Punkt ist, in der letzten Instanz, bis auf das, was ich eben erklärt habe, der Hauptfaktor, der jetzt folgt, hatte weniger zu tun mit Gedanken, sondern mit Faktoren, die dahinter liegen, und zwar mit Bewusstsein. Denn es mangelt oftmals nicht, am Wissen abzunehmen. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben alle Informationen zugänglich, es mangelt nicht daran, dass wir irgendwie, dass uns die Information fehlt, dass uns Bewegung gut tut und wir vielleicht weniger essen sollten, wenn wir abnehmen. Das hören wir nicht das erste Mal. Das wird auch für dich nicht neu sein. Wenn ich dir sage, weniger Süßigkeiten, weniger Chips, mehr Bewegung, wenige Kalorienzufuhr beispielsweise, dann wird das nichts sein, was du hörst und denkst, ach so, das war es also. Hätte ich das vorher gewusst, denn hätte ich doch schon längst abgenommen, das wird nicht passieren. Natürlich wird das nicht passieren. Denn es mangelt nicht an dem kognitiven Wissen, es mangelt nicht an den Informationen auf der Sachebene. Woran es mangelt, ist oftmals an der Achtsamkeit. Warum ist das jetzt so erheblich? Und warum hat mir das so enorm geholfen bei meiner körperlichen Veränderung? Das kann ich dir sagen, denn mir ist aufgefallen, immer wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin und ich war zwischenzeitlich auch mal Fitnesstrainer, sah es so aus, dass im Januar das Fitnessstudio gerappelt voll war, alle haben sich angemeldet, alle hatten die guten Vorsätze und ab Februar, März war es wieder leerer. Es war wieder relativ leer und die ganzen neuen Gesichter, die man im Januar gesehen hat, waren auf einmal weg. Woran lag das? Womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir uns ein Vorhaben, Neujahrsvorsätze zum Beispiel setzen, es dann aber nicht an dem Wissen mangelt. Wir haben dann Trainingspläne, wir haben dann Ernährungspläne, es mangelt dann an der Umsetzung. Und da sind zwei Faktoren wichtig. Das eine ist unsere Routinen. Wenn wir jeden Abend jahrelang abends vor dem Sofa sitzen und unsere Schokolade oder unsere Chips essen, dann kann es passieren, dass wenn wir nicht achtsam sind, dass wir uns an einem Tag wiederfinden, mit Chips oder Schokolade, wie die ganzen Jahre davor, und während wir essen, auf einmal feststellen, Oh, ich wollte ja abnehmen. Das ist alles, was wir unbewusst tun, tun wir automatisiert, tun wir gesteuert. Wir sind in dem Moment mechanisch, nahezu wie Roboter. Du kennst das vielleicht, wenn du Auto fährst und dadurch, dass du es jahrelang machst, fährst du, irgendwann kommst du an einem Ziel an und denkst dir, wer hat die letzten 15 Minuten das Auto gelenkt? Das ist dann, wenn wir unbewusst sind. Und genau diese Unbewusstheit wird uns natürlich oft zum Verhängnis in Bezug auf Ernährung. Und auf dem gleichen Pferd der zweite Punkt, der elementar wichtig ist, ist der innere Schweinehund. Denn der innere Schweinehund ist bekanntlich faktisch da und er kämpft geführt gegen uns. Er ist wie ein Gegner. Und wenn wir da nicht achtsam sind, wenn wir da nicht drauf achten, dann kommt der innere Schweinehund als Bequemlichkeit, als Comfortzone, als sonst was in uns hoch und relativ schnell rationalisieren wir uns selbst als Folge dessen, warum wir genau heute eine Ausnahme machen könnten, nicht zum Training gehen könnten, uns schlecht ernähren könnten oder ähnliches. Und wir neigen dazu, diesem Gedanken zu glauben. Wenn wir diese Muster brechen wollen, ist auch da Achtsamkeit der Schlüssel. Denn je bewusster du dir bist, umso eher, umso schneller merkst du auch, wann solche Gedanken kommen. Wie zum Beispiel, heute, das wird glaube ich zu spät, ich gehe heute nicht zum Sport. Während du vorher, ohne dass du achtsam warst, vielleicht dann gedacht hast, ja, okay, dann gehe ich morgen und dann ist gut und dann war schon wieder quasi die Abwärtsspirale drin in deiner Veränderung, wird es jetzt so sein, wenn du die Achtsamkeit in deinem Leben etablierst, dass du direkt, wenn so ein Gedanke kommt, feststellen wirst, oh, Moment mal, Nee, das ist ein Gedanke, der mich von meinem eigentlichen Ziel abhält und genau das mache ich jetzt nicht. Dadurch, dass du achtsam bist, dadurch, dass du bewusst bist, fällt dir das schneller auf und dadurch, dass es dir schneller auffällt, hast du schneller die Möglichkeit, gegenzusteuern, bevor du an diesem Gedanken festhältst und ihn selber glaubst. Und je bewusster du dir wirst, umso mehr kannst du diese beiden Sachen steuern. Die alten Routinen brechen, das, was automatisiert ist, um zu organisieren, indem du bewusster bist und gegen deinen inneren Schweinehund erfolgreich anzustehen, denn du merkst schneller, wenn er sich meldet. Er schleicht sich oftmals durch die Hintertür ein und steht auf einmal mitten im Haus bevor wir ihn bemerken. Was jetzt passieren wird ist, du merkst schon, wenn er die Treppe zur Haustür hochkommt und lässt ihn gar nicht erst ins Haus, um symbolisch zu sprechen. Und genau das sind die Hauptfaktoren, die dir dabei helfen werden, deinen Traumkörper zu erreichen und abzunehmen. Und wenn du dieses Video jetzt gesehen hast und du denkst dir, okay, das macht Sinn, es liegt wirklich am Bewusstsein, es liegt nicht am Wissen, es liegt wirklich an der Achtsamkeit, es liegt nicht am Wissen und du merkst, wie mächtig dieses Instrument der Achtsamkeit ist und zwar nicht nur in Bezug auf körperliche Veränderungen, auch beruflich, partnerschaftlich und auf vielen weiteren Ebenen und du mehr darüber wissen willst, dann klick unter dem Video auf den Link, da habe ich für dich ein extra Coaching erstellt, was im Fokus Achtsamkeit hat und Bewusstsein hat und dir Schritt für Schritt genau an die Hand gibt, wie du das in deinem Leben etablierst, um all deine Ziele im Anschluss erreichen zu können, ohne dass es ein Kampf wird für dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick einen Daumen nach oben, klick auf den Link, trag dich ein, ich rufe dich an, wir hören uns, bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag, mach es gut, Adios.